Es war erst drei Wochen her, dass ich auf die öffentliche Schule gezogen war und ich fühlte mich schon wie eine Ausgestoßene. Was ich für perfekt gehalten hatte, war zu einem Albturm geworden. Mein Dad, den ich immer für einen Engel gehalten hatte, war wegen millionenschwerer Betrügereien verhaftet worden. Überall wo ich hinkam, nannten mich die Leute Betrügerin. Um mich von diesen verletzenden Worten abzulenken, fing ich an Kindern bei einem Nachhilfeprogramm in Mathe zu helfen. Ich unterrichtete gerne auf dem Schulhof, denn die Bibliothek war einfach zu klein. Ich wollte wirklich etwas Gutes tun und etwas bewirken, aber es sah nicht gut aus. Die gemeinen Mädchen an der Schule, vor allem Becca und ihre Freundinnen, mobbten mich. Aber eines Tages hatte ich genug. Ich unterrichtete ein paar Kinder auf dem Schulhof, als Becca mit ihren Minions zu mir kam. Was ist denn hier passiert? Wie geht es deinem Betrüger, Dad? Haha, hey Hayley! Wie ist es, wenn man berühmte kriminelle Eltern hat? Schade, dass ich keine Stummscheit-Taste hab. Was hast du gesagt? Becca, ich bin nicht mein Dad. Du scheinst mich zu hassen. Das merkt man, aber das ist nicht mein Problem. Warum konzentrierst du dich nicht lieber auf dich selbst? Wow, du hast ja Nerven. Das wird dir eine Lehre sein. Sie hat mich mit Dreck beworfen und gelacht. Doch dann rastete ich aus. Ich verpasste Becca eine. Aber als ich sah, dass ihre Minions kampfbereit waren, musste ich abhauen. Und dabei traf ich auf den letzten Menschen, den ich jemals sehen wollte. Axel und Devin und Felix. Sie waren die berüchtigten Diablos. Sie waren nicht nur die coolsten Jungs auf der Schule, sondern auch echte Unruhstifter. Sie waren nicht böse. Es war nur ihre geheimnisvolle Aura. Was ist denn hier los? Hey Devin! Hi Axel! Ähm, wie geht's dir? Er hat etwas gefragt. Nichts, wir haben nur... Für mich sieht es nicht nach nichts aus. Es ist noch nicht vorbei, Blondie. Ich war mir sicher, dass ich Becca wiedersehen würde. Aber wenigstens war sie erst mal weg. Vielen Dank. Nicht so schnell, Prinzessin. Ich hab mich doch schon bedankt. Du schuldest uns noch etwas. Weil wir dich vor Becca geschützt haben. Also wirst du von nun an Sachen für uns tun. Zum Beispiel unsere Hausaufgaben machen. Unsere Taschen tragen. Im Grunde alles, was wir sagen. Und im Gegenzug beschützen wir dich. Deal? Äh, nein. Ich brauch niemanden, der mich beschützt. Und ich hab euch ganz sicher nicht gebeten, mich zu retten. Aber da wir so gutmütig sind, haben wir dir trotzdem geholfen. Vergiss nicht, dass Becca eine zweifache Meisterin im Ring von unserer Schule ist. Lässt du dich von Becca in den Hintern treten? Oder sollen wir dir helfen? Ach, der Trotte hatte ein gutes Argument. Okay, gut. Ich werd es tun. Verurtele mich nicht. Gut, wir sehen uns, Prinzessin. Hi, ich bin Hailey. Like und abonniere, bevor ich weitermache. Ich warte. Es war eine Woche her, dass ich ein Deal mit den Diablos gemacht hatte. Und sie hat mich wirklich gut beschützt. Becca machte einen großen Bogen um mich. Und alle in der Schule sahen mich wie eine Berühmtheit an. Wenn ich die Cafeteria betrat, baten mir alle einen Tisch an. Und wenn ich den Flur entlang ging, gingen alle einen Schritt zurück. Als wäre ich eine Königin. Aber alles hatte seinen Preis. Es gibt nichts umsonst. Oder? Die Diablos beschützten mich. Und ich musste im Gegenzug die lahmsten Sachen machen. Ich trug ihre Taschen, kaufte Essen und war ihr persönlicher Cheerleader. Ich hab sogar ihre Hausaufgaben gemacht. Obwohl ich ihnen lieber Nachhilfe gegeben hätte. Nee, mein Kopf tut weh, wenn ich mir Bücher ansehe. Bei dem Gedanken zu lernen, bekam ich Gänsehaut. Wenn wir dich haben, warum sollen wir dann lernen? Ähm, um den Abschluss zu machen? Eines Tages hatte ich genug von ihnen. Und ihren lächerlichen Forderungen. Ich konnte mich nicht mehr auf mein Nachhilfeprogramm konzentrieren. Ich wollte einfach nur, dass die Diablos weg waren. Also machte ich bei den nächsten Hausaufgaben die meisten Antworten absichtlich falsch. Und als sie ihre Noten zurückbekam, war ihr Gesichtsausdruck unbezahlbar. Ist das wirklich wahr? Ich kann nicht glauben, dass ich eine 3 Plus bekommen hab. Du freust dich also über eine 3 Plus? Ja. Das ist die erste 3 Plus seit so vielen Jahren. Meine Mom wird sich freuen. Gut gemacht, Prinzessin. Sie freuen sich über eine 3 Plus? Was sind das für Monster? Echt jetzt? Eine 3 Plus? Ich bin ein Mathe-Genie und schäme mich, dass ich diese Aufgaben gemacht hab. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber... Von jetzt an werd ich euch Mathe beibringen. Das glaub ich nicht. Oh doch. Halt einfach deinen Mund, Axel. Während Felix und Devin wie verrückt lachten, startte mich Axel wütend an. Aber das war mir egal. Die Diablos mussten in Mathe zu Genies werden. Egal ob Axel das gefiel oder nicht. Jeden Tag in der Schule hatte ich diese Nachhilfestunden mit den Diablos. Zuerst war ich ein bisschen eingeschüchtert von ihnen. Aber ich merkte schnell, dass sie gar nicht so schlecht waren. Devin prallte ständig damit, wie viele Mädchen hinter ihm her waren. Einmal bat er mich sogar, seine falsche Freundin zu sein. Axel war eine Art Rätsel. Man wusste nie, was er dachte. Aber ich ertappte ihn oft dabei, wie er mich anstarrte. Und ich wurde schnell rot. Felix machte immer gerne Musik. Aber was ich am meisten bewunderte, war, dass die Jungs sich immer gegenseitig den Rücken frei hielten. Besonders Felix. Er war wie der jüngere Bruder und die anderen passten auf ihn auf. Ich ertappte mich sogar dabei, dass ich mich auch um ihn kümmerte. Eines Tages kam ich am Musikraum vorbei und sah Felix, der traurig und niedergeschlagen aussah. Irgendwas stimmte nicht. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nur so, mein Dad tat es in letzter Zeit wirklich schwer. Er ist nicht mehr so wie früher und Mom hat mir erzählt, dass das an einem großen Verlust im Geschäft liegt. Er ist zu stolz, um darüber zu reden. Aber ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Ich vermisse meinen Dad und möchte ihm helfen. Es tat mir weh, ihn so zu sehen. Ich fühle mit dir. Ich vermisse meinen Dad auch. Wir standen uns so nah, bevor er ins Gefängnis ging. Felix, du musst mit deinem Dad reden. Lass ihn wissen, dass du für ihn da bist. Er wird dir zuhören. Felix umarmte mich und sagte, er fühle sich besser. Als ich ging, sah ich Axel. Seine Worte raubten mir den Atem. Danke. Manchmal muss er mit jemand anderem als uns reden. Du bedankst dich bei mir? Hast du dich am Kopf verletzt? Du kannst aber auch jeden Moment ruinieren. Das war doch nur ein Scherz. Jetzt sei nicht so. Du kannst ruhig ein bisschen lächeln. Versuchst du ernsthaft, mich zu ärgern? Und wenn es so wäre? Mr. Spielverderber. Mit diesen Worten rannte ich weg und Axel verfolgte mich, bis ich den Hausmeisterschrank entdeckte. Ich sprang hinein und Axel kam hinterher. Aber dann schlug er die Tür zu, sodass wir beide eingeschlossen waren. Es war eine dieser Türen, die man nur von außen öffnen kann. Meine Klaustrophobie machte sich bemerkbar. Zuerst dachte Axel, ich würde nur spielen. Aber als er sah, wie ich zitterte, war er wohl besorgt. Haley, sieh mich an. Sieh mir in die Augen und atme. Ich bin da. Du bist sicher. Atme. Ich kann nicht mehr. Ich muss hier raus. Wir sind in Nullkommanichts hier draußen. Der Hausmeister bleibt bis zum Abend im Gebäude. Er wird bestimmt gleich kommen. Mach dir keine Sorgen. Als ich mich beruhigt hatte, redete er weiter leise auf mich ein. Ich fühlte mich, als würde ich aus dem winzigen Schrank herausgeholt werden. Er hielt mich fest und langsam wurde meine Atmung wieder normal. Er wischte mir die Tränen weg und gab mir einen Kuss auf den Kopf. Ist das gerade wirklich passiert? Oh ja, es war perfekt. Nach diesem Tag veränderte sich etwas zwischen uns. Axel war sanfter zu mir und mir gefiel das. Ein paar Tage später hatte ich eine Mathe-Nachhilfestunde mit Devin. Er war wie immer, flirtete mit mir und versuchte mich zum Lachen zu bringen. Doch dann sagte er etwas Merkwürdiges. Ich liebe es, wenn du lachst. Haley, ich denke... Nein, ich weiß, dass ich ihn nicht verknallt bin. Ja, klar, sagt der größte Herzensbrecher. Es stimmt. Ich habe noch nie so etwas für jemanden empfunden. Am nächsten Tag in der Schule musste ich Devin sagen, dass ich Gefühle für Axel habe. Nicht für ihn. Hey Devin, können wir reden? Über letzte Nacht. Nur wenn du versprichst, dass wir beide zusammen zum Abschluss beigehen. Und du meine Freundin bist. Weißt du, es tut mir leid. Aber ich empfinde nicht dasselbe für dich. Tut mir leid, Devin. Was? Bist du mit einem anderen verabredet? Wer ist es? Ist es Axel? Was? Das geht dich eigentlich gar nichts an. In diesem Moment hörte ich Axels Stimme. Perfekt. Und wenn ich es bin? Hast du ein Problem damit? Ich hätte es früher sagen sollen. Also Haley... Autsch! Du bist so ein Idiot. Du wusstest, dass ich sie mag. Sie sahen aus, als würden sie sich gleich prügeln. Aber dann tauchte Felix auf und sah stinksauer aus. Seid ihr beide verrückt? Ihr streitet euch wegen einer Tussi? Kommt schon, lasst uns gehen. Haley, du nicht. Das alles war nicht meine Schuld. Der Streit zwischen Axel und Devin war schon ein paar Tage her. Und seitdem hatte ich die Diablos gemieden. Felix hatte mich angestarrt und ich hatte keine Ahnung warum. Aber das sollte ich bald herausfinden. Ich vermisste alle drei. Ich war ziemlich niedergeschlagen. Also beschloss ich mich auf mein Studium zu konzentrieren, um mich abzulenken. Plötzlich klopfte es an meinem Fenster. Ich schaute hinaus und sah Axel. Was machst du hier? Ich wollte dir etwas sagen, aber ich hatte zu viel Angst. Haley, ich mag dich wirklich. Willst du mit mir auf den Ball gehen? Ich dachte schon, du würdest mich nie fragen. Ich war total aufgeregt. Als ich auf den Ball ankam, sah ich Axel, der in einem schwarzen Smoking umwerfend aussah. Dann hörte ich eine Stimme hinter mir. Es war Devin. Hey, können wir reden? Was willst du? Ich hab Haley gefragt. Bist du ihr persönlicher Assistent? Devin! Hey Axel! Du gehst rein. Ich werd mit Devin reden. Haley, ich wollte mich für mein Verhalten entschuldigen. Glaub mir, es tut mir wirklich leid. Ich vergebe dir. Aber nur, wenn ich meinen albernen Freund zurückbekomme. Abgemacht. Die Weihnacht war unglaublich. Und als ich mir einen Punsch holen wollte, traf ich Becca. Ich war bereit, ihr die Stirn zu bieten. Aber ihre Worte haben mich völlig überrascht. Hey, es tut mir leid, dass ich... Du weißt schon. Das war nicht cool. Könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du Devin bitten, mit mir zu tanzen? Schön, dass du es eingesehen hast. Klar, Devin wird mit dir tanzen. Am Ende des Abends spielten wir alle Wahrheit oder Pflicht. Dann war ich an der Reihe. Ich entschied mich für Wahrheit. Aber ich wusste nicht, dass Felix etwas für mich auf Lager hatte. Seine Frage hat mich schockiert. Also, Haley, wie kannst du einen überhaupt noch in die Augen sehen, nachdem Dein Dad das Leben so vieler Menschen ruiniert hat? Mein Dad war einer von ihnen. Ich hab Dein Rat befolgt und mit meinem Dad gesprochen. Er hat mir erzählt, wie Dein Dad ihn betrogen hat. Ich bin mir sicher, dass Du wusstest, was er tat. Aber Du hast es ignoriert. Um weiterhin Deine schönen Sachen zu bekommen, stimmt's? Du solltest Dich wirklich vor Dir selbst ekeln. Felix! Du solltest Dich für die schrecklichen Taten Deines Dads schämen. Felix' Worte trafen mich wie eine Tonne Ziegelsteine. Aber was mich noch mehr verletzte war, als Exe ihn schlug. Ohne ein Wort zu sagen, rannte ich schnell weg. Exe rief mir hinterher, aber ich rannte weiter. Ich wusste, dass ich mich schon einmal zwischen ihn und seine Freunde gestellt hatte. Ich hörte auf, mit allen zu reden und ging nicht einmal zu meinem Highschool-Abschluss. Exe rief mich immer wieder an, aber ich ignorierte ihn. Ich liebte ihn, aber ich wusste, dass die Diablos ohne mich besser dran waren. Als ich mich für die Uni anmeldete, wurde ich angenommen. Und an meinem ersten Tag stieß ich mit jemandem zusammen. Mit Felix. Es tut mir so leid. Ich schäme mich. Was dein Dad getan hat, es war nicht Deine Schuld. Es war falsch von mir. Ich sollte Dir dankbar sein. Warum? Wenn Du mir nicht Nachhilfe gegeben hättest, hätte ich meinen Abschluss nie geschafft. Mein Dad, er ist so glücklich. Das ist die Uni, an der er studiert hat. Danke. Ich bin froh, dass ich Dir helfen konnte. Ich hoffe, Du verzeihst mir. Ich verspreche Dir, ich werde es irgendwie wieder gut machen. Ach, Felix. Deine Worte haben mich wirklich getroffen. Ich mag Dich. Und deshalb hat es mich noch mehr verletzt. Ich verstehe, was Du durchgemacht hast. Also, verzeih ich Dir. Als Felix und ich uns unterhielten, erzählte er mir, dass Axel seit dieser Nacht nicht mehr mit ihm gesprochen hatte. Ich wusste, dass ich die Sache mit Axel klären musste. Ich hätte Dir die Tür nehmen können. Aber ich wollte Eindruck schinden. Hayley, wow. Ich hätte nicht erwartet, Dich hier zu sehen. Axel, ich muss Dir etwas sagen. Ich habe Deine Anrufe ignoriert, weil ich mich nicht zwischen die Diablos stellen wollte. Jedes Mal, wenn ich Deinen Namen auf meinem Smartphone sah, war das wie ein Deuchstoß ins Herz. Du hast keine Ahnung, wie schwer es war, Deine Anrufe zu ignorieren. Ich habe Dich so vermisst. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich Dich auch vermisst habe. Aber ich wollte Dir Freiraum geben. Aber Du bist ja jetzt hier. Und ich muss sagen, dass ich mich in Dich verliebt habe. Axel, ich fühle genauso wie Du. Am Anfang war es mir nicht klar. Aber ich glaube, nein, ich weiß, dass ich Dich liebe. Ich liebe Dich auch. Warte, Diablos? So nennen uns alle?